und ich bin ab Leute willkommen zu Hanger Games mit dem Prozent und die Bucke 3 und links ist da uns runter oder ja würde ich auch sagen Aachen und auch einfach mal so und mit Schillen hier aber einfach mal zocken und so und lauf zehn Sekunden ja es ist gleich ich bin der einzige ich gehe jetzt mal gleich ganz runter hier oben auf dem Gründer und da ja ich wir kennen die Maps nur so uns zu erwähnen wir auf allen schon gezockt ich habe Kettenstiefel ich habe Lederstiefel und zwei gebratene Hühnchen und ein nicht gebratenes Fleisch Boah, Alter, Schwede, komm, wir gehen irgendwo anders hin Bom, wir gehen nach Hause ich werde mit Mutkisten angucken Goldschwert ist Gold wert ist Gold wert ist Gold wert Alter, hat dieser Monge Aua nein, äh, ich falle ich bin tot pfff ach mann so, das war die Aufnahme nein ich, ja warte, ich, ich hab grad ein Goldschwert gefunden die Chance will ich mir mal nicht entgehen lassen ja, ja, ich mach einfach mal und er hat ein Eisenschwert oder Diamantschwert ich mach einfach mal Auto-join ich mach einfach mal Auto-join ah, der ist aber tot ja, der ist tot der ist sowas von tot ja, ich bin jetzt in, äh, Nuketown Goldschwert macht eigentlich gar nicht viel Damage oder so ne, ne, macht so viel wie Holz, mir nicht so und die Runde beginnt Nuketown ist von Black Ops, sollte man kennen wenn nicht, solltet ihr euch schämen und die Map ist so klein und hier sind 60 Spieler oder so drauf auf der Map so, ich glaub ich sitz grad zu meinem zweiten Kill ich leg mir einfach mal ganz, äh, unfair über Inventory Tweaks, äh, ne Rüstung an ne na doch ich bin halt so nett oh oh der darf mich da nicht töten keine Angst Leon ich bin tot yeah, er ist tot ich fahrt auf der Rückseite auf sich, ne Hauptsache, er killt mich mit einem Holzschwert mit zwei Hände ich hätte Eisenrüstung Tja, das ist Team Sledged ich hab mal echt das Gefühl, es gibt einfach die Hecken einfach, oder? bei Herbert denkt man sich so, wie, wie ging das jetzt? ja, natürlich zum Glück ist dieser Server auch überhaupt nicht laggy ja und ich hab jetzt jemanden mit einem Stück Fleisch getötet hey, wo sind meine Äpfel hin? oh mein Gott, jetzt muss ich rohes Fleisch essen ja, das wusste ich auch schon mal Alter, dieser Mongo wäre jetzt hauptlich so ein Zombie-Skin, Mongo Aua ich werd von allen Seiten gehauen ja, das ist doch das ist doch unfair du kämpfst hinten nicht in der Ecke Kack, Noob ey, was wollt ihr denn? Zehn wollen wir eigentlich, ne ne, ne okay Autsch wirkliches Blick und Scheiße ja das ist so nervig was machst du denn da? Tja Skill Skill ey, jetzt verfolgt mich dieser Mongo immer noch dieser Spast, ey da versucht er, da fistet er mich jetzt auch noch, ey so'n Scheiß du, 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 du aber geh ich lieber Suizid aber geh ich lieber Suizid so'n Scheiß woher das gerade sehen könnte hier war gerade Körmig der Frog eine der ganzen Sachen hier wie ganz es gibt was ich, äh aber hat Kermit gesehen, den Frog ach, da bist du schon hi ich bin neben dir äh acht irgendwie sieben äh, elf vier eins das wird jetzt hier sehr interessant, leute elf zwölf neun vielleicht mal, äh, Quick Join DÖ das würde ich lassen, dann kommen wir immer nur in Display Cops ja, man kann ja dann liefen, also steht ein halbnackter Typ und so ist ein ganz nackter Typ ach komm jetzt hört auf mir vor's Gesicht zu laufen, ey, das ist so nervig wirst du, wirst du spaßt, ach da ich seh da oh, guck mal, da ist Hulk hm, was Hulk? nein ach so, nein hm, sieben acht neun elf gibt's nicht gerade, da ist echt kein Spiel offen, ne? hm der hat die hat he oben alle z alles voll bei da ein 11 der dründer ich fall durch den boden mit auch nicht ich bin hier ganz rechts beim roten aber ich bin auch beim roten ist das rote hoch wo bist du links von mir links von mir nach da da ich sehe dich mit optif ein optif ein optif ein optif ein die fünfte mehr und wieder mit der reichs mini mit so ich glaube gleich hoch weißt du probiere die 10.000 andere sie können mich nicht kriegen niemand wird mich kriegen ich bin einfach zu schnell die truhe ist leer die truhe hier bei mir hatte leider kein schwert dieses mal ich habe es geschafft ein typ runter zu werfen so leidungen und wissen zu sehr direkt ich habe heute schwert er wurde sofort weggefestet ey ich bin tot 4 5 5 ist frei ich drück mal x um meine map zu sehen aber wo bist du wo bist du irgendwie wo ist 5 5 ist nicht frei 5 ist hat eben gestartet und du spaß du also wir gleich 3 millionen leute folgen hier fick deine mutter ich fisste euch alle ich fisste euch ins gesicht auf aua ah dann mal hier mal irgendwo werde ich schon überhaupt nicht im black ops zu schrägstrich hg lief oder sg lief ja vor allem sind wir schon vier heute ja dann lief einfach meine herren cannot send duplicated messages ey jetzt werde ich von der seite weggefestet oh wie slash sg lief ne ja ich denke schon cannot send duplicated messages ja dann schreib einfach erst Punkt 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 und dann nochmal ich versuche mich alle wegzufisten ey das unglaublich hey ich werde oh Leute ich werde von 3 Milliarden Leuten verfolgen warum ich ist das mein fame oder das lustige ist ja wir sind ja auf dem englischen server ja aber 8 komm in 8 rein wir sind erst 12 Leute ok sg leave plupp was in 8 in 8 ok ok links neben mir steht irgendein krankes also warum mal 8 ich bin drin doch zwei ja ich bin hier rechts von dir rechts ich bin sagen wir gehen hinter dir lang oder hinter mir ja genau da ist ja wieder die Stadt aber ich kann mal gucken was bei über mir hier oben auf der Insel ist äh da wo man nur mit dem Wasserfall hochkommt stimmt eigentlich können wir auch machen und für die Leute die äh fragen warum wir nie zum Spawnrennen schaut euch die Spieleranzahl an ich denke nicht dass wir da irgendwas abkriegen man kann auch was reißen definitiv aber ich weiß nicht also ich weiß nicht also ist nicht so rein wo ist denn der andere Typ hin ah er fistet mich ich komm nicht raus ich komm nicht hoch Sturman Sturman ja Sturman hat die Lose ne er will noch irgendwer anders hoch zwei andere drei andere oh mein Gott ach ne du bist der oh ich wurde raus gefistet ich warte hier oben und versuch mal irgendwie hier die Leute runter zu fisten ja die ganze Gewitter ey das ist zum Glück überhaupt nicht nervig ja den einer runter gefistet da fliegt der erste der Fixer wird jetzt auch gefistet hier der Fixer ist auch unten und da fliegt der zweite sehr gut äh oh Gott ich ertrinke ich ertrinke ich ertrinke scheiße jetzt hab ich nicht aufgepasst ja pass mal auf dass hier keine auch kommt ich such mal ne Truhe ok ich feste jeden der Minimee kommt und zwar im Schleichen ich glaub die haben's aufgegeben ne da kommt noch äh fixer ja irgendwie sehe ich hier keine Truhe also der legt das ist unfair Achtung er ist oben ich kann mich nicht wehren ein Fixer ah hier geht's nen Gang runter ja ich bin da aber ich hab ihn gleich tot ja er ist gleich tot er ist tot oh das ist aber als mythisch Holzschwert geil Eisen Pilzsuppe Pilzsuppe auch was hier alles tolles auch Pilzsuppe geil Eisenbeine ist da irgendwas Gutes drin alles ohne Ende Essen hier ich lass hier mal den Rest drin äh ich bräuchte noch Hose und was hier hast du heute Schwert ich bräuchte auch ne Hose und ne ich hab hier drei Schuhe ey unglaublich äh hier sind Hosen und Helme warte ich schmeiß die raus hier und da Danke Ach Hose brauche ich ja gar nicht Leute ey Ah inventory tweaks auf rumzuspassen ist eigentlich gar nicht der Geheimtyp hier das machen wir jetzt immer so ich hab übrigens noch ein Steinschwert wo bist du jetzt? und zwar mein Microfinger zu lenken und ich nehmt Schaden danke Acht unten warte auf mich ah da hab ich mir gesehen Spaß die Verhältnisse der ist die Steintreppe der Steinbrücke das ist sehr gut Mensch die Runde zwei Leute und wir haben es ist zwei Stein später und sie scheinen sich irgendwie das auszutauschen ich bin hinter dir einer ist tot der andere auch wie wir einfach alles umficken hier war einfacher als gedacht ne oh der eine hatte sogar ein Eisenschwert den ich gekillt hatte ich bin kein guten Schwert hier mal äh brauchst du ein Steinschwert? ja hier hier vorne in dem Loch wurde ich mal gefangen also bin ich mal reingefallen ja da hab ich gesagt ja man kann mich töten da kam einer an den hab ich dann getötet und der hatte noch ne Ender Perle konnte ich mich raus retten eins zwei drei oder so gibt's noch ja mach einfach schrägstrich hglist oder sglist schrägstrich sglist oh jetzt hab ich oh ich hab Caps an ok deswegen sglist ähm fünf stück leben noch also mit uns sind es dann drei hier oben auf dem Turm sind recht viele Kisten aber die sind meistens leer ich lauf einfach mal hoch äh äh brauchst du Goldhose oder Goldschuhe Goldschuhe Goldschwert Goldschwert ist genauso gut wie Holzschwert ne nein Goldschwert ist mega Hammer macht mehr damit als Eisenschwert nein noch ich frag mich was du raust so ich weiß es auch nicht die vier Kisten hier oben sind fast leer äh hier hast du äh Gold also ich lese das gleich mal nach warte hier hast du noch Eisen Eisenhose die Eisenhose ist definitiv besser als Gold das weiß ich ich hab noch ein Eisen ich hab ein Eisenschwert, ein Steinschwert und ein Holzschwert noch was ich hab sogar 14 Pfeile also wenn wir Bogen finden sind wir sowieso voll OP ne Bögen sind sowieso ne Hunger Games übelst gut ne man muss nur richtig ziehen ach wollen wir nicht wieder da oben hin zu der Wüste wo du dann wieder in den Tempel fällst das ist genau Nate und Condog ja klar gar nicht ja da sind zwei Gäste ich bin unter der Brücke und habe hier Goldschwert nochmal gefunden und haufenweise Lootzeug ey wenn das irgendwer hier guckt ne der soll das mal nachgucken was jetzt besser ist ah da oben bist du warte ähm brauchst du noch ein Goldhelm du brauchst noch ein Goldhelm ne ja ich hab ein Goldhelm wo ist hier die andere Truhe äh die war hier unten ist eine ja ach ich sehe sie auch ich komm von hier aus aber nicht ran ich stell mich einfach mal hier drauf und schau einfach mal hier an die Kiste hier ist leer hi was hinter dir äh jetzt komm ich hier nicht hoch ich hab zwei Enderperlen willst du eine ja willst du den Goldhelm haben ja okay hier hier friss Kettenhemd Kettenhemd gerne ich ich isse man äh für einen halben Hunger benutze ich jetzt eine Pilzsuppe einfach weil da weil man dann satter ist als als anzeigt ich lauf jetzt einfach mal den Turm hoch mal wieder in der Hoffnung irgendwas Gutes zu finden ich hab nur so mal hier mein Glück was mit diesem Tempel wieder mit dem ich von Insel zu Insel in den Wasserfall rein tja ich hab Bänderperlen das geht einfacher mhm hier sind noch vier Äpfel und taufenweise Rüstung ich hab noch einen Apfel sieben ungekochte Fleisch 3 ich hab 17 Äpfel willst du ein paar haupt haupt hab noch zwei gebratenes äh Schweinefleisch zwei Kickseller hey da ist ein Schalter bumm das wärs jetzt tot Happy Tree is happy hm wo bist du du bist jetzt da auf der nächsten Insel ne ja hier oben schon bisschen bisschen weiter naja ich hoffe dass es nicht mit einem Sprinten laggt ey hast du hier im See die Kiste gehabt? nö natürlich nicht drei Fische und ne Enderperle ey du Spaß du läufst auch einfach an allem vorbei oder? ja ah ich bin hier oben wo wir vorhin ins Loch gefallen sind ah ich seh dich warte ah wie viel haben wir noch? immer noch zwei Gegner? ich weiß es nicht Moment Sg List keiner z oh ähm immer noch zwei ja Condog und Nate äh wo bist denn du jetzt? bist drunter? hier oben auf dem Baum ach da der Dschungelaffe statt hier einfach die Learen hoch zu klettern wie jeder normale Mensch auch hi ist da nix drin äh einfach hier runter wieder also also Hunger Games ne sollte man vielleicht mittlerweile kennen ja soo dann können wir mal hier oben gucken ja ich hab ja Optifine ich kann zoomen voll unfair ja zumal durch Spaß hier ich springe mal runter hier vorne ist aber nicht zu sehen wie Platsch so eine Kiste aber wenn es wollen abgucken den Sporn welchen sind wir acht äh wir sind äh 8 oder 9 äh 8 ist das äh 8 ist das scheint alles leer zu sein ey so war es ganz neu ist so war es ganz neu ist ja Gesundheit danke hm ich will jetzt hier noch nicht ganz weit rumcampen aber ich gucke mal ganz kurz auf den Berg da hoch weil da oben ist ein Loch da wenn man da rein fällt dann ist ja das ist alles dann ist Geschichte äh das muss ich nur noch die richtigen ja da ist wer der ist wer der ist wer ja ich sehe schon ich mach's mir jetzt einfacher game mode 1 game mode 1 ja ne ich hab ne innerperle geworfen so ein Spaß die alter was wer kann denn ja der ist wahrscheinlich hier oben ins Loch gefallen und kommt nicht mehr raus ja ja ich sehe ihn doch ich sehe doch den Namen da unten hier oben ist nämlich ein Loch soll ich dir ne innerperle geben dass du dich runter werfen kannst dann kriegst du wenigstens keinen richtigen Fallschirm oder hast du noch eine ne ich hatte noch nie einen hier ich werf dir eine hin nein jetzt hab ich beide geworfen gib mir eine zurück ja willst du das mal machen ich traue in der Perle nicht du traust in der Perle nicht du hast dir in der Perle wieder aufgehoben ich hab Angst für ihn ja das wärst wenn das wärst wenn du es jetzt runtergeworfen hättest Moment ich esse noch schnell einen Apfel um 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 so sie sofort und schwert und in dein Gesicht stirbt er ist dort so geil so 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 wie komme ich jetzt so weiter n 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 р um ich sage einfach mal ich bin hier kurz die aufwahl fang getrunken und dann mit dem vier ins nächste rein und wird sagen wir sind uns dann bei der nächsten aufnahme